Moin Leute, das ist Jan. Jan hat absolut keinen Plan von Nullstellen oder linearen Funktionen. Ha, in dem Thema ist er scheinbar eine echte Null. Dabei ist das doch eigentlich ganz easy. Lasst uns das mal bequatschen. So Freunde, eins nach dem anderen und keine Panik auf der Titanic. Bevor wir uns an die Nullstellen machen, wiederholen wir nochmal, was eigentlich eine lineare Funktion war. Eine lineare Funktion ist an sich nichts anderes als eine Gerade, wie zum Beispiel diese hier. Die allgemeine Form wird mit f von x gleich mx plus c beschrieben. Dabei ist m die Steigung der Funktion und c die Schnittstelle mit der y-Achse. Die Funktion, die ihr gerade seht, hat die Gleichung f von x gleich 2x plus 1. Sie hat also die Steigung 2 und den Schnittpunkt mit der y-Achse bei y gleich 1. Übrigens, weil lineare Funktionen keine Hochzahlen am x haben, werden sie oft auch als Funktionen ersten Grades bezeichnet. Falls ihr das also irgendwo mal so lesen solltet, ihr wisst Bescheid. Nice, dann checken wir das Ding doch jetzt mal auf Nullstellen. Was war das denn jetzt nochmal? Kein Drama. Eine Nullstelle ist anschaulich nichts anderes als der Schnittpunkt mit der x-Achse. Wenn ihr so eine Stelle errechnen wollt, müsst ihr eure Funktion also einfach nur gleich 0 setzen. Und dann stellt ihr diese Gleichung nach x um. Lasst uns das direkt mal an einem Beispiel checken. Die Funktion lautet nun f von x gleich 2x plus 1. Setzen wir die Funktion 0, steht da 0 ist gleich 2x plus 1. Stellen wir nach x um, ziehen wir also zuerst die 1 rüber und rechnen minus 1, bleibt minus 1 gleich 2x stehen. Wir müssen also nur noch durch 2 teilen. Das war's auch schon. Die Nullstelle liegt also bei x gleich minus 1 halb. Für den passenden Punkt dazu, auch Nullpunkt genannt, ergibt sich mit y gleich 0 dann der Punkt minus 1 halb und 0. Das wird auch an der Zeichnung im Koordinatensystem deutlich, wo ihr die Nullstelle bzw. den Nullpunkt ablesen könnt. Wie ihr die Nullstelle bezeichnet, ist dabei völlig egal. Ihr könnt sie beispielsweise auch x1 oder x2 nennen, falls es mehrere Nullstellen sind. Machen wir noch ein Beispiel. Die Funktion lautet f von x gleich 4x plus 3 halbe. Wir setzen die Funktion 0. Dann ziehen wir wieder zuerst die 3 halbe rüber, sodass dann minus 3 halbe gleich 4x dasteht. Jetzt teilen wir die Gleichung noch durch 4 und zack, wir haben eine Nullstelle bei minus 3 Achtel. Der Nullpunkt liegt also bei minus 3 Achtel und 0. War doch gar nicht so schwer, oder Jan? Leider gibt es auch noch ein paar Sonderfälle, die wir beachten müssen. Da gibt's einmal die lineare Funktion durch den Koordinatenursprung. Also eine Funktion, bei der die Schnittstelle mit der y-Achse auch als c bekannt, 0 ist. Demzufolge bleibt nur f von x gleich mx. Das kann zum Beispiel f von x gleich 3x, f von x gleich minus 7x oder f von x gleich 258x sein. Hauptsache eben ohne das c. All diese Funktionen haben eine Nullstelle bei x gleich 0, also im Nullpunkt 0, 0, dem Koordinatenursprung. Das merkt ihr auch rechnerisch. Checkt doch mal die Funktion f von x gleich 3x. Wenn wir die Null setzen, würden wir beim Umstellen zuerst durch 3 teilen. Und 0 durch 3 ist bekanntlich immer noch Null. Das seht ihr auch hier nochmal an der Zeichnung im Koordinatensystem. Damit uns nicht langweilig wird, gibt's sogar noch einen Sonderfall. Und der liegt bei konstanten Funktionen. Hier wird's jetzt ganz verrückt. Solche Funktionen haben nämlich eine Steigung von Null. Unser mx fällt also komplett weg und es bleibt nur noch f von x gleich c stehen. Was bedeutet das nun? Anschaulich sind das einfach nur Funktionen, die entweder parallel oder identisch zur x-Achse verlaufen. Und genau hier gibt's jetzt eine wichtige Unterscheidung. Ist unser c ungleich 0, hat unsere Funktion keine Nullstelle. Das seht ihr zum Beispiel an der Funktion f von x gleich 4. Ist unser c aber gleich 0, hat unsere Funktion unendlich viele Nullstellen. Das wäre dann die Funktion f von x gleich 0. Merkt euch das! Merkt euch außerdem folgendes. Eine lineare Funktion hat immer genau eine Nullstelle. Es sei denn, es handelt sich um eine konstante Funktion. So, jetzt nochmal alles kurz und knackig. Eine lineare Funktion ist eine Funktion vom Typ f von x gleich mx plus c. Die Nullstelle berechnen wir, indem wir die Funktion 0 setzen und dann nach x umstellen. Der Nullpunkt ist immer der Punkt, der aus der Nullstelle und dem gegebenen y gleich 0 besteht. Ein paar Sonderfälle müssen wir uns merken. Wenn die lineare Funktion durch den Koordinatenursprung geht, ist die Nullstelle immer bei x gleich 0. Und der Nullpunkt entspricht dem Koordinatenursprung bei 0,0. Wenn wir eine konstante Funktion haben, dann hat die entweder keine Nullstelle, falls c ungleich 0 ist, oder unendlich viele Nullstellen, falls c gleich 0 ist. Und zu guter Letzt wissen wir, dass eine lineare Funktion immer genau eine Nullstelle hat, sofern es sich bei ihr nicht um eine konstante Funktion handelt. Hi, hier ist Nico von SimpleClub. Du schreibst bald eine Klausur? Mit der SimpleClub App bereiten wir dich perfekt auf alle Klausuren vor. Du sagst uns einfach nur Datum und Thema und wir erstellen dir den perfekten Lernplan. Mit allen Videos, allen Übungsaufgaben und allen Zusammenfassungen, die du brauchst. Klick jetzt hier und hol dir die App.